Die Maulwurfsflucht Ein Maulwurf war in einem Käfig eingesperrt. Eines Tages nahm er all seinen Mut zusammen und brach aus dem Käfig aus. Er lief durch den Zoo an anderen Gehegen vorbei und stieß auf eine Mauer. Er sah an ihr hinauf und grub sich anschließend einfach unter ihr hindurch. Als er auf der anderen Seite angelangt war, lief er ein paar Schritte, sah noch ein letztes Mal zurück und floh dann endgültig aus der Gefangenschaft. Er war frei. Er war frei.